So, hallo! Ja, wir sind jetzt hier auf dem Lärchenberg. Ich bin unterwegs Richtung Gebäude K. Ja, also, okay, und zwar findet da jetzt gleich die Sitzung des Grundfunkrates statt um 9 Uhr. Heute haben wir Freitag, den 29. September 2017. Und ja, so sieht das Gebäude K aus. Das Gebäude K ist auch auf diesem Zettel zu sehen. Da bin ich jetzt vorgegangen. Ich bin jetzt gerade auf P. Was ist das? P11 da ungefähr. Und gehe rüber nach K. Und ja, bin gespannt, wie es wird. Und ja, meine erste Rundfunkratssitzung des ZDF auf dem Lärchenberg. Nachdem ich eben 20 Minuten mit der Straßenbahn hier hochgefahren bin. Ja, mal gucken, wie es wird. Denn, alles Gute und bis später. Es grüßt Peter. Obwohl, ich gehe noch mal ein bisschen... Ich gehe noch mal, was ich schaue. Wir sind jetzt hier im nächsten Jahr. Gehen wir mal hier. Das ist so spannend. Mal gucken. Das ist so spannend. Das ist so spannend. Das ist so spannend. So. Hm. Aha. Cool. Gut.